wird zeit der sommer wird liegt es daran dass nacht ist was bei der fünf prozent treffer chance ach so zu spät gesehen ja 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 in der nacht haben die extrem niedrige treffer chancen deswegen gehe ich auch nicht gerne in gefechte wenn es nacht ist aber da musst du ja so tun oh gott sei dank ich hoffe eine karabane eskort ja nice das heißt da brauchen sich meine jungs bloß hinten einlegen kriegen essen trinken alles und können sich nebenbei erholen so gut wie wir momentan aufgestellt sind gibt es nicht viel wo wir wo wir angst haben müssten bei so einer karawane ach ne deliver cargo ein elksraum ist ja mal wieder der geradeste weg möchte ich Sieh! Gott, du toh eh! Das war's für heute. Oh, es wird Nacht. Und es geht durch den tiefsten Wald. Ich würde eigentlich twittern, aber... Okay, halt. Wenn sich nicht mal die Briganten dran drohen. Ich lebe wieder. Okay. 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 Ich glaube mit der Armbrust macht der wesentlich mehr Damage. Haben die hier Bolzen zufällig? Oh, die haben Bolzen. Ja, nice. Kriegt der andere nämlich auch eine Armbrust ausgehändig. Hä, wo sind jetzt die Bolzen hin? Ich habe jetzt nicht etwa Pfeile gekauft. Ich habe doch... Ach, nie hier. Kurz zum Haufen Pfeile haben wir auch. Können wir auch mal ein paar verkaufen. Den 7er auf jeden Fall. So, mal gucken was wir hier haben. Der Horst. Horst der Bulle. Oh Gott. Ein Jäger. Ach, du Scheiße. Wieder die komplizierte Frage. Nehmen wir noch einen dritten Jäger mit? Nein. Gönnung. Talent geht auch anders. Der ist mein Jäger. Ich bin jetzt hier. Okay. Musik Oh, stimmt, wir haben doch bei denen damals auch das Holz gekauft. Wir waren ja noch große Holzlieferanten. Tools haben sie halt keine. Ah, jetzt können wir uns mal in die Karawane hinten reinlegen. Und der Dinge haben, die da passieren. Oh, stimmt. Oh, stimmt. Oh, wir sehen endlich mal neue Städte, neue Gegenden. Barbarien. Gott sei Dank habe ich abgespeichert. Um. Hm. Stürm. Oh. Wir kommen halt alle hier unten lang. Das wird eine lange dauern. Da stehen sie dem auf den Füße. Ich glaube, das ist das Beste hier hinten erstmal zu sehen, dass wir da nach oben kommen. Ich habe doch gesagt, stirb. Oh. Um. Um. Okay. Oh. hey habe ich nie gesagt stirbt ja 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 Ah, ich hoffe, das funktioniert nicht so, wie ich. Woher? Dann müsste ich mit dem wieder ausruhen. Aber es passt. Hey, das funktioniert. Scheiße, da geht es auf den rüber. Fuck. Und hier ansetzen kann ich, ne? Schade. Na gut, dann müssen wir halt so zuhauen. Ne, man halt so aus dem Leben. Gegen die Spinnen war es ganz gut, das zu sehen. Aber, warte mal, kann ich das mit? Ach, mit Alt kann ich das ein- und ausstellen. Ja, nice. Muss man ja auch erst mal wissen. Bei den Spinnen, das war erst so unübersichtlich. Da hat es echt geholfen.